Erstes Mal hier auf der Straße. Hallo, ich bin Maria Zagori von der Firma Benzeler, Betriebsratmitglied. Hallo, ich heiße Gülschen Schein, ich bin beschäftigt bei der Firma Benzeler. Ohne unseren Kampf keinen Tarifvertrag. Wenn wir irgendwann mal etwas erreichen wollen, wegen Geld oder wegen unserer Rechte, dann müssen wir mal Streit machen. Wenn wir nicht Streit machen, ohne Streit werden wir unsere Rechte nicht bekommen. Ohne unseren Kampf keine bessere Gesellschaft. Wir demonstrieren am 1. Mai in Weiblingen um 10 Uhr Stillwerk 6. Merhaba, Freunde und Freunde. Wir sind ein Maester Stuttgart und Marinaplatz. Wir müssen uns für unsere Kinder und unsere Kinder gehen und wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen, wir müssen uns überlegen. Danke. Und wir müssen uns überlegen.